So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Mafia hier auf meinem wunderschönen Kanal. Heute sind wir hier wieder unterwegs. Heute gehen wir mit der Hoffnung dran, dass wir hier nicht mal rauskommen aus dieser Ellenhölle. Oh, habe ich noch? Ich habe... Ich habe nichts mehr zu heilen. Das ist ziemlich müß, aber wir werden es trotzdem packen, denn wir sind mit guter Hoffnung im Spiel drin. Oh, jetzt sind beide tot, das ist nice. Schnell weg hier, ein bisschen Geld vielleicht noch nebenbei aufsammeln. Okay. Da vorne. Uh, da vorne ist er. Los geht's. Ah. So, sechs Patronen noch und danach kommen wir auf das MG. Und jetzt? Ah, nein. Nice. So, in dem Moment, wo ich jetzt da gerade aufnehme, ist die Gamescom vorbei, Leute. Ich würde echt gerne, aber wenn ich so ein Nerdscope geguckt habe, habe ich gehört, dass die Gamescom dieses Jahr gar nicht mal so nice war. Und eigentlich mehr so ein Werbe- oder Verkaufsort für Spiele, die bald kommen oder so ähnlich, kann man das nennen. Und jetzt bin ich eigentlich relativ froh, dass man die, dass ich dieses Mal nicht da war, wenn ich das so gehört habe. Nächstes Jahr versuche ich wieder hinzugehen. Ja, scheiße. Der könnte mich ein bisschen, nicht gut. Ich bin eigentlich mal komplett rasiert, Leute. Oh, also. Karl rasiert. Nicht so, wie ihr jetzt denkt, ihr perversen Schweine. So, wie gesagt, diesmal kriegen wir das hin. Ich bin hier in guter Laune, gute Launenstimmung, heute ist Sonntag bei mir. Ich habe gestern noch gearbeitet gehabt, bin dann irgendwann ins Bett gefallen, weiß nicht mal wann. Das ist eigentlich so die schwerste Stelle von hier, finde ich. Also, das finde ich wirklich, weil hier ist irgendwie mehr los und so und weniger verstecken. Dann muss man das mal so probieren. Weil vielleicht kommen wir ja besser, wenn wir so nach und nach langsam vorgehen. Oder war eine Granate. Oder hinten ist ja noch einer. Aber auch nicht. So. Ich gehe in Deckung. Die kommt, bringt ihr nicht viel, das weißt du. So. Achso, ich mag das zu meinen Aufrufzeilen wieder mal nach unten gehen. Wer hätte das gedacht? Das ist ja auf meinem Kanal nichts Neues. Ich finde das wirklich nicht schlimm, Leute. Also, manche werden denken, oh mein Gott, jetzt wird er bald aufhören, wenn irgendwann jemand das Video im Nachhinein mal reinguckt oder sowas. Das ist überhaupt nicht so. So. Der gehört euch, Jungs! Scheiße, dass man hier nichts sieht. Geh um ihn rum. Ich nehme mir diesen Penner als erster vor. Haltet mir ja den Rücken frei. Alles, weil ich kurz eine Nachricht geschrieben habe. Man soll niemals eine Nachricht bei anderen Spielen schreiben. Ich versuche jetzt hier wenig rauszukutten. Oder weniger rauszukutten. Ja, ich werde hier weniger rauskutten, weil ich habe im Moment wenig Zeit. Oder. Ja, wir reden mal von Zeit. Reden wir mal von Zeit. Das ist vielleicht gut. Die Lust ist ja noch da. Da war eine Grenade. Alter, Schrotti. Schrotti. Das war jetzt wirklich nicht geplant. Also jetzt habe ich auch gerade mit mir ein Handy geschrieben. Die Schitte ist, man verliert jedes Mal Geld. Also irgendwie ist es doch ein Ansporn, mit einem Schlag durchzukommen. Und ja. So. Right here. Wo ist denn der? Das muss ziemlich wehgetan haben. Okay. Ich hab's kapiert. Konzentration. Langsam vor wieder. Shit. Hat er grad Video gesagt? Da oben ist ja auch noch jemand. Wo hat er sich verkrochen? Okay. Wo wollt ihr ihn dann suchen? Der macht uns fest. Ich geh in den Betten. 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 Alter, das war ein Rückstoß. Geil. So. Einer noch. Jetzt hab ich dich gar nicht für mich allein. Also wenn man alleine ist, warum soll man sagen, dass man nachlädt? Ich verpiss mich. Okay. Er hat mich fest im Griff. Leck. Ich muss hier raus. Huh. So zäh. Das ist das Mindeste. Euer verdammter Ernst? Was geht denn bei euch falsch? Das ganze Haus brennt. Ja, wir müssen erstmal rein. Wir müssen ja uns den toten... Dings noch retten oder was? Aua. Aua. Scheibenkleister, einbrechen und los geht's. Oder wir machen das ganz einfach, weil die das für die Welt haben wir ja, wir haben es endlich mal geschafft, ich freue mich. Gut Leute, ich würde mal sagen, wenn euch da ganz gut gefallen hat, gebt nur noch um, wenn nicht einen Daumen nach unten und wir werden im nächsten Bad mal aus dem Gebiet rausfahren und mal gucken, wo wir eigentlich dann hin müssen. Dann würde ich sagen, da oben, da unten, aber natürlich nicht vergessen, dann müssen wir zum nächsten Mal, sagt der irgendwann zu Wort. Ciao, ciao. Natürlich nicht vergessen, dann müssen wir zum nächsten Mal, sagt der irgendwann zu Wort. Ciao, ciao.